Nur diese Gruppen von hinterbliebenen Rentnern profitieren vom Rentenzuschlag bis 7,5% ab Juli 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, heute ist der 29. Juli 2024. In zwei Tagen ist es soweit. Die Rentenanpassung startet zum 1. Juli 2024. Sie tritt dort in Kraft. So steht es in § 6 der Rentenwertbestimmungsverordnung ausdrücklich geschrieben. Das heißt also für alle gesetzlichen Rentner, auch hinterbliebenen Rentner, steigt die Rente um 4,57%. Das ist das eine. Aber es gibt auch eine Gruppe von Rentnerinnen und Rentnern, ungefähr 3 Millionen am Stück, die noch von einem sogenannten Extra-Rentenzuschlag profitieren. Der hat eine Bandbreite von 4,5% oder 7,5%. Wir haben dazu ganz viele Videos gedreht, auch Textbeiträge veröffentlicht. Und jetzt geht es um die Frage, welche Gruppen der hinterbliebenen Rentnern, die ja auch ausdrücklich von diesem EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz umfasst sind, profitieren sollen, diesen Zuschlag bis 7,5% bekommen sollen. So klar und eindeutig ist es nämlich in dem Gesetz gar nicht niedergeschrieben. Und wir haben einfach mal geschaut und wollten einfach mal wissen, wer ist denn da jetzt eigentlich wirklich mit dabei. Das heißt also, wer hat Anspruch bis 7,5% zusätzlich zu der Rentenerhöhung. Und da steigen wir einfach mal ganz einfach ein. Also im Kern gibt es folgende grundsätzliche Aussage. Wenn ihr verstorbener Ehegatte, Ehepartner, eingetragener Lebensgefährte zwischen 2001 und 2018 eine Rente wegen Erwerbsminderung erhalten hat und vor der Regelaltersgrenze zu früh gestorben ist, dann können sie einen entsprechenden Zuschlag bis 7,5% erhalten. Konkret sind das genau drei Gruppen von hinterbliebenen Rentnern, die ab 1. Juli 2024 mit dem Zuschlag rechnen können. Fangen wir mal mit der ersten Gruppe, mit der ersten Fallgruppe an. Beispiel, ihr verstorbene Ehepartner hat vor 2019 eine EM-Rente erhalten und ist während dem Rentenbezug verstorben, während seinem eigenen Rentenbezug verstorben. Sieglinde bezieht seit 2019 eine große Witwenrente, weil ihr Ehepartner Peter namensgleich mit mir vor seinem Tode seit 2013 eine EM-Rente bezogen hat. Und er ist 2018 dann verstorben. Dann hat Sieglinde Anspruch auf den Zuschlag 4,5%, weil die große Witwenrente hier 2018 begonnen hat, also noch vor 2019. Dann die zweite Fallgruppe. Ihr verstorbener Ehepartner bezog vor seinem Tode eine Altersrente, bitte merken, und davor eine Erwerbsminderungsrente. Die muss zwingend vor 2019 begonnen haben. Beispiel, Alfred erhält seit 2023 eine große Witwenrente von seiner verstorbenen Elfriede. Elfriede bezog vor ihrem Tode eine Altersrente und davor seit dem 01.06.2014 erstmals eine Erwerbsminderungsrente. Alfred hat Anspruch auf den Zuschlag 7,5% zu seiner Witwerrente. Dritte Fallgruppe, das ist sozusagen diese ganz allgemeine Fallgruppe. Bezug einer hinterbliebenen Rente in der Zeit von 2001 bis vor dem 01.01.2019. Der Ehepartner ist vor seinem regulären Rentenbeginn, also vor seiner Regelaltersgrenze, vorzeitig früher verstorben. Beispiel, Susis Ehegatte Siegfried verstarb im Januar 2014 im Alter von 50 Jahren. Vor seinem Tode bezog er keine Rente, das ist ganz wichtig. Susi erhält seit dem Tode von Siegfried eine Witwenrente, eine große Witwenrente. Susi wird also den Zuschlag 7,5% zu ihrer Witwenrente ab Juli 2024 erhalten. Meine Damen und Herren, das sind so im Kern die drei Fallgruppen, die vom Zuschlag, vom Extra-Renten-Zuschlag ab Juli 2024 profitieren können. Für diejenigen, die diesen Extra-Renten-Zuschlag erhalten, ich kann es nur nochmal wiederholen, die bekommen einen Extra-Renten-Bescheid. Der hat nichts mit der Rentenanpassung zu tun. Rentenanpassung und Zuschlagsbescheid sind zwei getrennte Bescheide. Und dieser Extra-Renten-Bescheid weist dann aus, ob Sie mit dabei sind oder wenn ja, dass Sie mit dabei sind. Und den Netto-Rentenbetrag, den Sie erstmals in der Zeit vom 10. Juli bis zum 20. Juli gezahlt bekommen. Bitte schauen Sie dann auch nochmal auf Ihre Bankverbindung. Dort steht dann auch ganz klar drin, der Überweisungshintergrund Rentenzuschlag. Der Rentenzuschlag ist sozusagen eine zweite Rentenzahlung, die Sie zur normalen Altersrente, zur normalen Witwenrente, zur Erwerbsminderungsrente dann bekommen, wenn Sie in den Kreis der Begünstigten für den Zuschlag einfallen. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, ein wunderbares Fußballwochenende. Hoffentlich geht das EM-Märchen mit unserer deutschen Nationalmannschaft weiter. Hoffen wir auf einen Sieg heute am 29. Juni gegen die dänische Mannschaft. Aber ich sage auch immer wieder, der oder die Bessere möge gewinnen. Ciao!